Hallo zusammen, willkommen zu einem kurzen Video zum Thema AMD RX 480. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, ein Video zu der Karte zu machen, hatte jetzt aber vor ein paar Tagen kurz die Chance, die Karte vorab zu testen. Dementsprechend wollte ich einfach mal mit euch abstimmen, ob euch die Karte denn interessiert, ob wir mehr dazu machen sollen, vielleicht auch overclocking zu der Karte. Grundsätzlich mal, die Karte ist extrem gehypt worden von vielen Medien vorab, dementsprechend waren auch meine Erwartungen etwas höher, muss ich sagen. Und die Karte ist natürlich keine High-End-Karte, die 480, die siedelt sich eher im mittleren Segment an, so um die 200 Euro, 200 Dollar, das wurde vorab so kommuniziert. Dementsprechend habe ich natürlich auch jetzt nicht die mega Erwartung, dass es die 1080 schlägt zum Beispiel. Habe dann aber mal ein Benchmark gemacht, und zwar den Firestrike Extreme. Ich blende euch jetzt mal das Ergebnis hier ein. Ihr seht, ich habe den i7-6700K benutzt, der lief bei 4,5 GHz durchgehend. Links seht ihr GPU-Z mit der RX 480, und ihr seht hier den GPU-Takt von 1266 MHz, der lag auch durchgehend an während dem ganzen Benchmark, das habe ich gecheckt. Und ihr seht jetzt hier rechts das Ergebnis von 5.316 Punkten. Das ist die Frage, was sagen uns die 5.316 Punkte, wie viel ist das? In meinen Augen nicht viel. Das Problem ist, ich blende euch hier mal HW-Bot Benchmark-Rangliste ein, und zwar seht ihr jetzt hier die Plätze 80 bis 100 in der HW-Bot-Datenbank, und ihr seht hier GTX 970 Ergebnisse, die eigentlich bei Stock gemacht wurden, also ihr seht hier Taktraten um die 1200, 1300 MHz, was eben der normale Boost ist bei einer 79, und ihr seht, die Punkte liegen drüber. Ist jetzt eher mal enttäuschend, muss ich sagen. Und hab dann auch mal den normalen Firestrike gemacht, also so, Firestrike Extreme wird mit 2550, oder was auch die Auflösung ist, gemacht, Pixel, und der normale Firestrike in Full-HD, und dementsprechend ist der normale Firestrike eher ein bisschen CPU-lastiger, und der Firestrike Extreme eben komplett GPU-limitiert. Jetzt schauen wir uns den normalen Firestrike kurz an, und zwar haben wir hier 10.845 Punkte. Auch hier schauen wir jetzt mal kurz in die HW-Bot-Datenbank, und wir sehen auch hier jetzt mal die Plätze von 180 bis 200, die gleiche Punktzahl ungefähr, und ihr seht auch hier, die 79 ist eben genauso vertreten, also so um die 10.800 Punkte, da habt ihr auch eine 79 bei 1200 bis 1300 MHz, also auch bei Stock nichts übertaktet. Dementsprechend ist eben die RX 480 einfach komplett auf 970 Niveau. Ich finde das jetzt ein bisschen enttäuschend, weil eben die Karte komplett gehypt wurde, und jetzt sagen natürlich viele, okay, aber die Karte ist günstiger. Glaube ich nicht. Ich kenne die Preise jetzt noch nicht, weil eben, ich drehe das Video jetzt gerade am Montag, Mittwoch geht die Karte online. Ich glaube, dass die Preise ungefähr bei 250, 260 Euro liegen werden, einfach deswegen, weil, wenn die Karte für 200 Euro in den USA verkauft wird, kommen hier die 19% Mehrwertsteuer drauf, plus eben der Händlergewinn. Dementsprechend, ja, ich schätze mal 250, 260 Euro. Und wenn wir jetzt mal zu Geizhals gehen, und uns dort mal die aktuellen Preise anschauen, dann sehen wir eben, dass ihr aktuell eine GTX 970 schon für ungefähr 240, 250 Euro bekommt. Das heißt, klar, die RX 480 ist eine gute Karte, preisleistungstechnisch, definitiv, genauso wie die GTX 970. Aber dafür, dass es eben eine neue Karte ist, hätte ich einfach mehr erwartet. Ich hätte erwartet, dass sie zum gleichen Preis eben die 79 schlägt, aber das war jetzt nicht der Fall. Ja, was soll ich sagen, ein bisschen enttäuschend. Jetzt ist die Frage, wollt ihr mehr zu der Karte sehen? Falls ja, lasst es mich wissen. Wenn nein, ist es auch okay, dann machen wir nichts mehr dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch und bis dann.